hallo leute herzlich willkommen im ganzen video heute spielen wir eine runde minecraft so pocket edition auf dem tablett wie immer kennt es im prinzip im prinzip ja schon ich habe schon mehrere schon da steht ja meistens recorder bei also den namen das ist ja nicht wie der name heißt steht immer unten rechts unten rechts steht immer so ein name das bedeutet dass ich auf dem tablet aufgenommen habe weil ich ja diese app geholt habe so und ich habe das ja letztes video vorgestellt und wo ich ihm das video anthony hashtag drei gemacht habe habe ich auch mal gesagt ich werde einen minecraft video machen oder auch nicht update und ich glaube ich kenne das update schon gut und ja stevie der stevekin über greifen würde ich mal ganz kurzen kratzen einer welt drin bin also dann müsste eben auf die doppel striche drücken und dann habt ihr habt ihr kurz stopp so leute da bin ich wieder die welt aufnahme erstellen und dann mal gucken was sie bauen also hier ich gucke jetzt mal nach den blöcken wenn das spiel mal laden würde solange trinke ich was ich glaube nicht was heute passiert ist am 27 5 ich glaube das einfach nicht mein vater der ist einfach voll schnell gefahren ich glaube nicht er ist so zwischen gegen daumen kommt sein spiel war als lang seitenspiegel hinten haben wir denn auch noch eine beule drin ja schön er ist ein bisschen schneller als 100 gefahren ja das ist so krank und vater fett hier meinen armstof sofort mega hot schnell ich mache einen kurzen cut dauert zu lange leute anscheinend sollten wir irgendwas heute spielen aber was sagt minecraft nö aber dafür ein bisschen unterhaltung so leute drücke t wenn kontroller schon so items so suche ich müsste jetzt neue items geben bisher sehe ich noch keine neuen items doch hier so hier so hier sehen ja alle anders aus so ist eigentlich gar nicht aufgefallen aber naja hier gibt es nochmal lol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Sachen 1 schleifstein ja ja und es gibt lol die kenne ich auch schon sachen die sind schon ein bisschen länger dann so ich will aber erst mal ja das war's leute heute mit dem video ciao